Guten Morgen, geehrte Pascha, Pascha, Paschas, Fluggäste, dass Sie es rausbringen, hier spricht Ihr Kapitän. Mein Name ist der Oberwaldner August, meine Freundin ist am Gustl zu mir, Samabertur. Ich darf heute zum ersten Mal mit dieser neuen Boeing 7-7 fliegen, es macht echt Spaß, es ist ganz anders als mit einem Zeppelin. Wir sind flott unterwegs, im Gegensatz zu meinem Co-Piloten, der steht nämlich noch im Stau.